Ja, Leute, hier ist der Hans Entertainment. Jetzt kommen wir zur Disziplin 8. Hä? Disziplin 8. Kraulen. Ich kraule hier jetzt 500 Meter. Äh, scheiße, 5000 Meter, warum meine? So true. Ah, ich schaff! Ich schaff! Ich schaff! Ah! 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 Keine Ahnung, wenn die Lunge 1,5 auf dem Gesicht fällt, weil einfach mal 5.000 Meter gekraut seid.